Wunderschöne guten Abend, ihr lieben Freunde der Expertenrunde. Wir machen eine weitere Expertenrunde mit Experten in einer Runde mit Ricky und Wondo. Und wir haben ein wundervolles Thema rausgesucht, beziehungsweise ich habe ein Thema rausgesucht, weil ich bisher alle Themen rausgesucht habe. Du bist so ein toller Typ. Wow, geil. Danke. Okay, seht ihr, der Ricky, der weiß, wie man mich dazu bringt, dass ich mich gut fühle. Er weiß es. Auf jeden Fall, das ist das Thema. Ich dachte mir, hey, reden wir mal über nervige Bosse. Ist natürlich ein Thema, das uns alle beschäftigt. Weil ich habe vor kurzem ein Spiel gespielt, in dem ein Boss drin war, der mir so dermaßen auf den Sack gegangen ist, dass ich mir dachte... Ach, über Spielebosse? Ja, ich habe preferiert, jetzt über Chefs. Kannst du auch machen. Aber von denen hast du noch weniger als Spielebosse. Ricky hat die Spiele gespielt, das ist ein Joke. Genau, nervige Bosse. Ich habe vor kurzem Metroid Prime 2 gespielt und Alter, er war ein Boss. Wir stellen halt alle jetzt einfach mal einen vor, den wir voll nervig finden. Und zwar... Mit Metroid Prime seid ihr beiden nicht vertraut. Nein. Es ist ein 3D-Metroid-First-Person-Zeug. Ach, ehrlich. Du kannst rum und schießt und... Ja. Ruhe. Ja, okay. Und dann gibt es natürlich noch den Morph-Ball-Bonus. Der ist ja beliebter, der ist ja wieder meistens in 2D und da kann man Morph-Ball-Bomben legen, weil sich jemand dachte, oh hey, in Super Metroid konnte man mit dem Morph-Ball hüpfen, ohne eine Bombe vorherzulegen. Das ist eine scheiß Idee. Das nehmen wir raus. Bei Metroid Prime 2 dachten die sich, hey, wir haben doch diesen Morph-Ball. Ich finde, wir sollten nachher mal den Boss-Kampf machen. So ein richtiger Moped-Boss-Kampf, in dem du gar nichts machen kannst. Und der Boss-Kampf besteht daraus, dass du in so einer Half-Pipe unterwegs bist und da dich immer hochboosten musst. Und dann ist da so ein Viech, dass er die ganze Zeit Schaden zufickt und überall herumrollt. Und dann muss das Timing stimmen, musst du Bomben legen und am Ende musst du dann 3 Schalte irgendwie von der Zeit erreichen. Und das ist super scheiße wegen der Steuerung. Und alles geht dir auf den Sack. Und natürlich als kleiner Bonus, wenn du gegen diesen Boss verlierst, was sehr wahrscheinlich passiert, dann musst du noch 10 Minuten wieder laufen, um wieder dahin zu kommen, wo der Boss war, mit ein paar Videos. Und ich hasse ihn. Gott, der ist so scheiße. Stimmt, da habe ich mal bei dem Stuttgart geredet. Ihr habt jetzt nicht verstanden, was ich gesagt habe, aber es wird vom Videomaterial unterlegt. Die Leute verstehen es und vertraut mir. Er ist so scheiße. Vor allem einmal, ich habe vor kurzem gegen ihn gekämpft. Bei diesem Boss es war, ich habe ewig gebraucht. Ich saß bestimmt eine Viertelstunde dran, bin hin und her mit dem Moped gefahren. Von links nach rechts, von oben nach unten. Habe irgendwie Mord von vorne gelegt. Das hat alles nicht geklappt. Und dann war ich ganz kurz davor, ihn zu besiegen. Er musste dann nur noch, also ich habe den letzten Schalter aktiviert. Ich hatte, glaube ich, noch 20 Leben oder so. Das heißt, ein Treffer und ich wäre tot gewesen. Der musste nur noch so in so eine komische Elektrostange reinrasen. Dann hätte ich ihn besiegt. Und dann wusste ich nicht, wo ich hinrollen soll und bin einfach gestorben. Dann musste ich alles wieder von vorn machen. Stimmt, das habe ich bei dem Streaming gelegt. Ja, was? Das habe ich bei dir sogar im Stream gesehen. Das habe ich vorgestern auf meinem Wohnzimmer gespielt. Ja, aber du hast das auch mal im Stream gespielt. Nein, ich habe mit Prime 1 im Stream gespielt. Da war aber auch so eine Scheißmission. Nein. Da gibt es aber was ähnliches. Nein, da gibt es kein Moped-Boss. Da gibt es einen Moped-Boss. Diese Pflanze ist auch ein Moped-Boss, oder? Die Erinnerung ist noch frisch. Was? Die Pflanze in Prime 1? Ist die nicht auch so ein Morph-Ball-Boss? Nee, die Pflanze ist simpel. Ja, aber da muss man auch mit einem Morph-Ball rein, oder? Wenn ich das so richtig in der Hände habe. Nee, 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 glaub mir, Wollo, glaub mir. Der Magnetball-Boss, also der ist halt mit dem Magnetball unterwegs, über so Schienen. Und du musst dich dann immer zu ihm runterfallen lassen. Der hat eine fette Aura, die dir Schaden zufügt. Und dann irgendwie Bomben legen und den dann fünfmal aus der Gefecht setzt, damit du einen Schalter aktivieren kannst. Der Schalter lässt dann so ein Teil runterklappen, dann kann der irgendwo reinrasen. Das machst du zehnmal und das geht dir so auf den Sack. Oh, klingt auch echt nicht spaßig. Das ist der schlimmste Boss in der ganzen Metroid-Reihe, so ziemlich. Ja. Gut, dann gehen wir jetzt mal über den schlimmsten Boss in der Crash Bandicoot-Reihe. Alter. Der Robo-Boss aus Crash Bandicoot-3-Engine ist ein Moppet-Boss, lustigerweise. Die Moppet-Bosse. Denn man fliegt in einem Moppet währenddessen. Die Steuerung dieses Moppetes muss man ganz kurz erklären. Mit dem einen Stick lenkst du und mit dem anderen Stick lenkst du dein Fadenkreuz. Aber du kannst das Fadenkreuz nicht wirklich lenken. Weil irgendwie, das kann man überhaupt nicht beschreiben, weil du lenkst nach links und währenddessen kannst du das Fadenkreuz nicht auch weiter nach links lenken. Das funktioniert nicht. Nur so nach oben, unten und rechts. Maximal. Und das ist total merkwürdig. Engine hat dann zu Beginn fünf verschiedene Stellen, an denen man ihn treffen kann. Ich glaube, den habe ich irgendwann mal im Stream von Keggy oder so gesehen. Das kann sehr gut sein. Die aber immer nur ganz selten mal aufgehen. Der gibt doch auch Millionen so Plasmakugeln von sich. Richtig, genau. Man hört die ganze Zeit so ein... Wie die Plasmakugeln von dir fliegen, wie sie von ihm fliegen. Wenn du getroffen wirst, zieht der dir so viel ab. Und die Wahrscheinlichkeit getroffen zu werden ist so hoch, weil Ziel suchen, Raketen schießen von der einen Seite. Und wenn du dann diese fünf Dinger kaputt hast und dir denkst, oh Gott sei Dank, kommt er wieder mit sieben. Mit fucking sieben, die immer einzeln aufgehen, die du dann ganz schnell treffen musst, während du überhaupt nicht steuern kannst und gleichzeitig ausweichst. Es ist die Hölle. Dazu dieses Geräusch. Und ich würde sagen, der Boss dauert so knapp. Der Kampf kann bis zu zehn Minuten dauern, wenn es echt ungünstig läuft. Und wenn du dann stirbst, dann bist du sauer. Dann bist du so richtig fucking sauer. Er ist nicht unbedingt superschwer, aber das ist für mich auf jeden Fall das Nervigste, was ich jemals gemacht habe. Und das ist so ein Grund. Ich liebe Crash Bandicoot 3, aber wenn ich weiß, der Boss kommt gleich, das ist halt echt so ein Grund zum Ausmachen direkt. Und ich denke, nee, nein, das mache ich jetzt nicht. Das halte ich nicht aus. Ich ertrage es nicht. So schlimm. In diesem Punkt bin ich. Uha. Alter, das ist ein schlimmer Punkt. Ricky, den musst du jetzt überbieten. Oh, das ist schwierig. Also kommen wir zum schwersten Boss der Sonic-Reihe. Nervig, nicht schwer. Wie oft noch? Nervig, Entschuldigung. Und zwar ist es der Endboss von Sonic Generations. Oh. Oh, das ist eine gute Wahl. Das ist auch ein Moral-Boss tatsächlich. Das ist so eine Missgeburt. Das ist unnormal. Es ist pures Glück, ob du ihn triffst oder nicht. Du verstehst. Ich habe ihn noch nicht verstanden. Ich habe ihn first roll geschafft. Rikki, ich habe ihn verstanden, aber weißt du, wie lange ich gebraucht habe? Wie lange? Ich habe ohne Scheiß, ich habe ja auch ein Sonic Generations, haben wir alle gemacht, ein Sonic Generations Let's Play. Das ist traurig. Vielleicht auch ein 101 demnächst. Es ist ein geiles Spiel. Es ist ein geiles Spiel. Bis auf der Endboss. Sonic Generations ist ein super Spiel. Ja, richtig. Der letzte Boss. Weißt du, wie lange ich gebraucht habe dafür? Auch aus. Ich glaube, das fertige Video war 40 Minuten lang. Es ist einfach so. Ich saß wirklich, ich saß eine Stunde dran und ich habe es versucht. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Dann habe ich online in Walkthroughs nachgeschaut, wie man den besiegt. Das musste ich auch. Da stand dann irgendwas dran. Ich meine, man kann ja auch irgendwie da die Ebenen wechseln. Ich meine, mich zu erinnern, dass das nichts gebracht hat. Nee, muss man glaube ich nicht. Muss man auch nicht. Das hat mich so verwirrt und dann kann man irgendwie Tails abwerfen oder so. Nee, den ist ja mit beiden Sonics da. Okay, man kann den kleinen Sonic abwerfen. Genau, du wirfst den kleinen Sonic ab. Du musst aber eigentlich die ganze Zeit, also wenn ich mich richtig, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, musst du die ganze Zeit boosten, 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 boosten. Ja, musst einfach nur vorne in den Punkt dran. Genau. Bis du vorne dran bist und dann kam es mir aber so ein bisschen lucky vor. Ja. Dass ich ihn dann mal treffe oder nicht. Das war halt wirklich dann so. Dann haben wir noch begrenzt. Es gibt ganz viel Zeit oder so und dann quatscht ihr die ganze Zeit. Nee, Sonic, du kannst die Ebene wechseln. Warum sollte ich? Für die Ringe. Für die Ringe. Stimmt, da gehen einem ja immer die Ringe aus. Genau, die, die, ja, genau. War man in Supersonic sogar? Ja, ja, genau. Ah. Als Supersonic verlässt du ja die Ringe. So wird dir das beigebracht. Warum? Und, äh, ja, dann machst du das. Es ist, ist, ist ein sehr nervig. Alter, der war traumatisch. Es ist vor allem blankes Glück. Ich hatte ihn first try geschafft durch Glück. Pures Glück. Ich hab ihn nicht verstanden. First try, aber. Ich hab so lang gebraucht. Oh Gott. Ey, der lackt sich da durch. Ja. Das Glück ist mir nicht doof. Der weiß bis heute nicht, wie er funktioniert. Nee, keine Ahnung. Weiß kaum jemand. Von daher ist das okay. Wenn ihr es wisst, habt ihr mit den Kommentaren. Nee, schon, weil ich es einfach nicht hinbekommen hab. Ich musste die Scheiße studieren. Und halt die Walkthroughs im Internet, die waren halt auch nicht hilfreich, weil die so viel Information gegeben haben, was man jetzt machen kann. Und ich denk mir so, ja, das kann ich alles machen. Aber was muss ich machen? Ja. Ist ja schön, dass ich auf sämtlichen Ebenen Ringe aufsammeln kann und dass ich da die und die Nachricht hören kann. Aber wie besiege ich ihn? Habe ich dann irgendwie aber selber rausgefunden. Weil die Walkthroughs, die haben halt echt nicht geholfen. Nee, das ist halt meistens auch so. Er war so scheiße. Ist halt auch ein Wiedergrund, das Spiel nicht zu spielen fast. Nee. Er ist einfach. Er ist einfach. Es ist nur... Wenn man weiß, wie es geht. Ja, es ist nur echt dumm, weil es ergibt keinen Sinn so wirklich. Es wird auch nicht richtig erklärt. Ja, genau. Es ist nicht so ersichtlich, aber an sich ist er nicht schwer. Man kann das Spiel durchaus spielen. Lassen Sie sich davon streichen. Ja, Crash 3 auch. Den bekommt ihr down. Ja. Ich glaube an euch. Ich glaube an euch. Ja. Ich glaube es nicht. Ist ja scheiße. Wundervoll. Gut, ich würde sagen, das reicht dann auch für diese Ausgabe von den Experten runter. Haben wir den Namen jetzt echt übernommen? Ja. Es sind jetzt drei Parts. Sollten wir besser, ne? Es sind drei Ausgaben, keine Parts. Oh, bitte. Es sind kaputt. Gute Nacht. Ja. Gute Nacht. Hallo. Machst du jetzt richtig. Tschüss. Darf ich auch mal ein bisschen reden, Alter? Ich wollte über den Sonic... Willst du nicht die ganze Zeit? Nein, ich wollte über den Sonic Boss reden und dann... Alter, du hast beim Pokémon die ganze Zeit geredet. Du hast auch über den Sonic Boss geredet. Aber über den Sonic Boss haben wir auch traumatische Erfahrungen mitgemacht, Diki. Da konnten wir was dazu erzählen. Ja, das stimmt. Du hattest sozusagen den besten Boss ausgewählt. Ja, ich habe... Nein, 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 nein. Meiner ist besser. Den kennt ihr nur nicht. So, ich hole mir einen Classic Double Burger. Boah, geil, ey.